Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir heute bei dieser Debatte ein Anliegen, anders meine Rede zu beginnen und einen Mann zu würdigen, der es verdient hat, der nicht bloß von humanitärer Hilfe gesprochen, sondern konkret geholfen hat, und zwar den Bedürftigsten, denjenigen, die ums Nackte über Leben kämpfen mussten. Er war unabhängig, er war unbequem, er war auch umstritten, rastlos, oft unkonventionell, kompromisslos. Aber immer hatte er den Einzelmenschen im Blick. Aber es waren vermutlich gerade diese Eigenschaften, die auch notwendig waren, dass er dort helfen konnte, wo noch niemand oder nie ein Helfer war. Und es war sein Charakter und seine Haltung, die es tatsächlich geschafft haben, den öffentlichen Fokus auf weggeblendete Orte zu werfen. Und ja, und das ist das Wichtigste, Menschenleben zu retten. Rupert Neudeck, der vor drei Tagen gestorben ist, war ein humanitärer Kämpfer. Er war ein Kämpfer für die Schwachen, ein kompromissloser Menschenfreund, ein Überzeugungstäter der guten Taten. Ich erinnere mich gut daran, als ich mit Anfang 20 ihn kennenlernte. Ich war damals engagiert bei einer Menschenrechtsorganisation in Bosnien-Herzegowina, lernte ihn kennen im Flüchtlingslager in Albanien und in Mazedonien. Und ich erinnere mich an ein Ereignis, das muss so kurz vor Ostern 1999 gewesen sein, als Hunderttausende von Flüchtlingen aus dem Kosovo vertrieben wurden in der Grenzstadt in Mazedonien in Platsche. Und der UNHCR gesagt hat, wir legen richtig los nach Ostern, weil jetzt sind die Feiertage. Und Rupert Neudeck fassungslos dort stand in dem Schlamm und gesagt hat, das darf alles nicht wahr sein. Und es gleichzeitig der Antrieb war, zu sagen, wir packen jetzt hier an, wir können uns nicht leisten, in Urlaub zu gehen, wenn die Not am größten ist. Und Rupert Neudeck hat auf konkrete Vorschläge und auch auf dieses, was man so oft sagt, man müsste mal, man sollte mal tun, meist geantwortet, warum fangen wir nicht einfach damit an? Liebe Kolleginnen und Kollegen, er hat sich auch in der aktuellen Flüchtlingsdebatte eingemischt. Manchmal auch alle politischen Lager überrascht, als auch als er kürzlich sagte, ich möchte nicht, dass Menschen für die Reinheit meines pazifistischen Gewissens sterben. Auch das hat manche irritiert. Und sicher hat er auch zu der heutigen Debatte so manches zu sagen und wahrscheinlich auch manches Kopfschütteln. Aber lieber Rupert, für alles, was du getan hast, ein herzliches Vergelt, Scott. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der humanitäre Weltgipfel war, und ich zitiere das, irgendwie doch mehr als plapla. So hat das Ereignis ein deutscher Journalist in Istanbul kommentiert, und er hat recht. Man darf den Gipfel nicht überhöhen, aber man darf ihn eben auch nicht kleinreden. Der humanitäre Weltgipfel, über 170 Staaten, rund 600 NGOs sind dem Ruf des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon in der letzten Woche gefolgt. Auch ich durfte als Vorsitzender des hier zuständigen Ausschusses humanitäre Hilfe der deutschen Delegation angehören. Er war eine Premiere, und ja, er war auch bitter nötig. Nie gab es mehr Menschen, die Hilfe zum Überleben brauchten. 125 Millionen Menschen, 60 Millionen, die auf der Flucht sind, die größte Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Und angesichts zahlreicher und vor allen Dingen auch der, lieber Herr König, Sie haben das gesagt, vor allen Dingen lang andauernden Krisen und Katastrophen verzeichnen wir einen stark anwachsenden Bedarf bei der Finanzierung humanitärer Hilfe. Beim Umgang dieser Katastrophe geht es um nichts weniger als einen Paradigmenwechsel. Die Perspektive der humanitären Hilfe, sie muss sich künftig noch viel stärker verändern, von einer rein reaktiven Hilfeleistung nach einer Krise zu einem vorausschauenden Handeln zur Vermeidung von Krisen. Wir begrüßen sehr, dass die Bundesregierung hier wichtige Schritte getan hat, um sich auf diese Zäsur auch einzustellen. Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat in dieser Wahlperiode vielfache Initiativen ergriffen, in öffentlichen Anhörungen, Expertengesprächen, viel mehr national, international, zu den Qualitätsstandards für die humanitäre Hilfe, auch jetzt zum humanitären Weltgipfel und seinen Folgen. Dass dort in Istanbul mit der Bundeskanzlerin, dem Außenminister und dem Entwicklungsminister Deutschland hochrangig vertreten war, unterstreicht, dass die Dringlichkeit der Herausforderung, jedenfalls dort, inzwischen angekommen ist. Dass aber die erste Reihe der anderen europäischen Regierungen, die wir in Europa eigentlich alle das größte Interesse gemeinsam haben sollten, zu Lösungen zu kommen, durch Abwesenheit geglänzt haben, genauso wie die Vetomächte, kann ich nur als kurzsichtig und ignorant bezeichnen. Die Initiative für diesen Gipfel war, und sie ist richtig, weil er bereits in der Vorbereitung einen dringend notwendigen Prozess der Veränderung in einer sich dynamisch verändernden Welt angestoßen hat. Gelöst ist nichts. Umso mehr kommt es jetzt nach Istanbul darauf an, gemeinsam konkrete Schritte auch umzusetzen. FENRO, der Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen, hat recht. Das humanitäre System ist in seiner derzeitigen Struktur den gewaltigen Herausforderungen nicht gewachsen. Es ist unterfinanziert, agiert zu schwerfällig und zentralisiert. Wir brauchen deshalb eine stärkere, und da stimme ich wieder mit dem Kollegen Königsüberein, Dezentralisierung und Lokalisierung humanitärer Hilfe. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, was muss eigentlich noch passieren, dass nach großspurigen Ankündigungen auf internationalen Geberkonferenzen auch das zugesagte Geld dann dort ankommt, wo es am nötigsten gebraucht wird. Ich glaube, der humanitäre Weltgipfel muss zu einem Ausgangspunkt für eine konkrete und umfassendere Form des humanitären Systems genutzt werden. Wir alle müssen die Krise zum Wendepunkt machen, die Krise auch als Chance sehen, die Ursachen eben nicht länger und konsequent zu ignorieren. Niemand sollte sich einbilden, dass sich die Krisen von alleine erledigen, dass man sie aussitzen könnte und es möglich wäre, so weiter zu machen wie bisher. Und dass es soweit kommen konnte, zeigt auch, wo die Versäumnisse liegen. Jeder erinnert sich an den Dezember 2014. Der frühere UN-Flüchtlingskommissar Guterres hat es ja erwähnt, die Einstellung des World Food-Programms für 1,7 Millionen Flüchtlinge, der eigentliche Auslöser für die Fluchtwelle. Massenhaft Chancen gnadenlos vergeigt. Viel zu lange haben wir alle akzeptiert, dass man Fakten einfach ignoriert. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, niemand sollte heute unterschätzen, dass die andere Seite, wie groß auch die Chancen sind, etwas zu bewirken, wenn diese Ursachen für Armut, Perspektivlosigkeit und Flucht aktiv, rechtzeitig und mit den richtigen Mitteln bekämpft werden. Der globale Bildungsfonds für Kinderflüchtlinge ist ein wichtiger Staat. Eine verlorene Generation, auch das wird eine Riesenherausforderung werden, dürfen wir einfach nicht akzeptieren. Das hieße sich, an den jungen Menschen zu versündigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen die Augen vor den Realitäten nicht verschließen und nach Istanbul für Veränderungen zäh, aber auch mit Tempo arbeiten. Ich nenne nur drei Punkte. Erstens, es braucht mehr Geld und bessere Organisation, Qualität, Effizienz. Zweitens, wir müssen raus aus dem permanenten Krisenmodus und zu einer vorausschauenden Hilfe, die auch neue Akteure wie die Privatwirtschaft einbindet. Und drittens, gerade diejenigen, die die Hilfe am nötigsten brauchen, erreicht sie oftmals nicht. Ich denke an die Menschen in Syrien, in Jemen, im Südsudan, weil es keinen sicheren Zugang gibt. Und das darf auch bei aller Gipfel-Krhetorik nicht verdrängt werden. Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, Christos Siljanides, hat mir gestern im Gespräch hier im Deutschen Bundestag gesagt, dass es in Istanbul über 1.000 Selbstverpflichtungen gegeben hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, versprochen wurde in der Vergangenheit genug. Umsetzung ist endlich angesagt. Auch deshalb wäre es richtig und notwendig, dass es einen Überprüfungsmechanismus gibt, zum Beispiel ein internationales Monitoring-System mit Berichtspflichten. Auch das ist für mich eine Konsequenz aus diesem Gipfel in Istanbul. Jeder muss wissen, wer seine Zusagen eben nicht eingehalten hat, wer sie gebrochen hat. Wenn außer Worten nichts geblieben ist und die nächste Katastrophe mit Achselzucken zur Kenntnis genommen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn aus Worten Taten werden, dann wird der humanitäre Weltgipfel ein großer Erfolg. Um es mit Rupert Neudeck zu sagen, warum fangen wir nicht einfach damit an?